Hier wäre ich noch der Zug. Jemand hat mich gefragt, ob ich da noch spiele. Als wäre es einfach einer für mich. Wenn es noch geht, ist es gut. Wenn ich es noch fertig bringe, ist alles zusammen. Ich habe es gesehen, dass ich noch erzählt habe. Ja, eigentlich. Es ist wie ein Aufschiessen von 50. Was kommt? Heads or tails? Das wäre eine faire Chance. Da kommt man immer das Dampfmaschine in den Sinn. Ich habe es schon einmal erzählt, dass ich mir wieder holte. Aber weil man ja vergisst. Der andere vergisst, der andere wiederholt. Das ist immer neu. Die Eiche dran werden die Osternäste suchen. Das sind tägliche Ereignisse. Wenn man sich das überlegt. Aber ich möchte dir noch noch besinnen, das alte Weihmanns Haussäle. Bevor es betoniert war. Wo es nur so eine Natursele war. Möge ich nicht mehr besinnen. Nein, es ist betoniert. Und dort ist halb so eine kleine Dampfmaschine am Abend zwischen halb sechs und sechs. Der, der die Ponderomo existierte. Über die Strasse gefahren. Beim Forsthaus. Und dort habe ich einfach halb gewartet. Das hat mich fasziniert, wie noch einmal das Dampfmaschine. Das war ein schöner Heiweg. Mit dem man geschaut, dass man dann dort wieder das Maschine kommt. Also, noch einmal vielmals Merci. Kommt nachher gut heim. Habt eine schöne Ostern. Inklusive Männchen. Diele. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020